Hier ist Jérôminar! Hier ist es noch wach Hier bin ich ein Star Ich freu mich immer hier zu sein Bei Vera am Mittag Mit tiefsten Schuhen Komm ich nie zu Luhm Er trägt mich immer wieder hin Nach Berlin, Berlin Top of the heap Hallo Frau am Mittag Ich freu mich! Ich auch! Willkommen! Komm zu mir! Danke! I love you! For loving me, of course! Gefällt mir gut, wenn man mich Frau am Mittag nennt Ja, ich wusste nicht genau Hella von Sinnen, Frau von Sinnen Aber es passt ja nicht Ich bin ja auch dunkel Ach ja, Entschuldigung Wie wichtig ist für dich Mode? Ja, als Transvestit natürlich sehr wichtig Eigentlich so, wenn man auf die Bühne geht erwarten Leute immer Paillette und Federn im Haar Ja Und ich hab sie heute auf dem Kopf Aber äh Ja, eigentlich schon wichtig Aber so als Privatperson Ich denke mir, das gibt andere Werte Außer die äußeren Ja, also Jetzt mal so gesagt, ja Also Schönen Beinen wirklich nochmal zur Geltung Komm, nimm bitte den großen Ausgang, gell? Alles klar Geromina Schrecklich, dass ich immer Gäste in meiner Sendung hab, die schönere Beine haben als ich